Augencreme für das Gesicht. Was? Neu! Revitaliftfiller Augencreme für das Gesicht von L'Oreal. Die Wirksamkeit und Sicherheit einer Augencreme für das ganze Gesicht. Aber warum? Augenfalten entstehen häufig als erstes und sind schwer zu behandeln. Wirkt eine Creme um die Augen, wirkt sie im ganzen Gesicht. Also, wie funktioniert das? Mit 50% mehr Hyaluronsäure spendet sie Intensivfeuchtigkeit und glättet feine Linien. Wo? Hier, hier und hier. Überall. Neu! Revitaliftfiller Augencreme für das Gesicht. Die Nummer 1 aus Asien von L'Oreal Paris. Wir sind es uns wert. Die Nummer 1 aus Asien von L'Oreal Paris.